Vorzug für Geheru, Duchel erklärt seine Entscheidung gegen Goretzka. Bayern-Trainer Thomas Duchel steht nach der Null zu einer Demütigung gegen Bremen zunehmend in der Kritik. Insbesondere die Entscheidung, Leon Goretzka erneut aus der Startelf zu streichen und an seiner Stelle auf Raphael Geheru zu setzen, löste bei vielen Fans eine unverständliche Reaktion aus. Tat der 50-Jährige seine Entscheidung in einer Pressekonferenz vor dem Nachspiel gegen Union Berlin begründet. Duchel sagte, Leon Goretzka ging es nicht gut und Raphael Geheru hat sein Topspiel gegen Stuttgart und zusammen mit Alexander Pavlovich auch gegen Wolfsburg und Basel gespielt. Er hat sehr gut trainiert. Es war Raffas Entscheidung und es gab keinen Grund, ihn mitzunehmen. Wir brauchen alle Spieler, aber wir brauchen auch Menschen, die aus den Fehlentscheidungen des Trainers Kraft schöpfen, so der Bayern-Trainer weiter. Er habe weiterhin Vertrauen in Goretzka, sagte er. Lothar Matthäus versteht Thomas Duche nicht. Der Mittelfelster kam letztes Jahr bei der 1-5-Niederlage gegen Frankfurt zum letzten Mal in die Startelf, hat seitdem aber wegen eines krepalen Infekts zwei Spiele verpasst. Goretzka brachte am Wochenende frischen Wind in die Partie gegen Bremen, indem er zusammen mit Thomas Müller und Matissell in der 65. Minute eingewechselt wurde. Obwohl er im letzten Spiel gegen Hoffenheim nur kurz zum Einsatz kam, lieferte er beim 3-0 Sieg einen Assist. Am Wochenende vertraute der Bayern-Trainer auf die Doppelsechser von Joswa Kimmich und Raphael Geheru, die beide früh ausgewechselt wurden. Auch Bayern-Legende Lothar Matthäus kritisiert Duche und sagte gegenüber Sky, dass Leon Goretzka nicht wieder in der Startelf steht, ist nicht gut für die Stimmung. Aus Sicht des Weltmeisters von 1990 genießt der Mittelfeldspieler hohes Ansehen im Team und ist für den Bayern-Trainer ein unverzichtbarer Mentalspieler.